Warum wir dich hier immer noch drin haben? Du nervst hier eigentlich total. Aber man könnte hier eine Leiter hoch machen. Es wäre, glaube ich, eine relativ gute Möglichkeit. Einziges Problem, da muss ich hier auch noch ein 1 erweitern. Aber das ist ja nicht mal so ein großes Problem. Im Gegenteil, das sähe sogar besser aus, wenn ich das nochmal schnell mache. Dann heißt dieser Part hier wahrscheinlich Hausänderungen oder so. Wer hätte das gesagt? Gedacht. Skrotec Shadow LP baut sein Haus um. Hat man auch gar nicht oft in Staffel 1 gesehen, die 17 Folgen lang war. Ja, ich bin toll, ich weiß. Du musst leider nochmal weg. Leider, leider. Oh. Ähm. Nein, du nicht. Ich finde das zum Teil richtig amüsant, wie Chan von Apple War und Adi und Tommy, die drei Halunken da, sich immer damit abmühen, Minecraft zu spielen. Da könnte ich mich echt jedes Mal totlachen. Echt unglaublich. Ja, hier kann geil Fenstersgroßer... Äh, Fenstersgroßer. Hä? What the hell? Ja, ich glaub mir, geht's nicht mehr gut. Dann kommt hier auch gleich ein tolles Fenster rein. Flop. Ebenso wie hier. Ähm. Wie mach ich das hier? Das könnte jetzt zum Problem ausarten. Ich kann aber auch einfach solche Fenster machen. Der Ofen kommt sowieso, äh, früher oder später wieder rein. Und das hier ist schon mal fail. Ja, ziemlicher Fail sogar. Ich könnte natürlich immer noch mal nach 1 Ziel lang erweitern. Ist eigentlich ja kein Problem. Erstmal diese zwei seltenen Pilze da abbauen. Oh. Okay. Das mag mir doch jetzt gefallen. Wir haben auch Wolfis hier. Ist das nicht schön? Darf der Regen langsam mal aufhören? Ich mag keinen Regen. Weder in Minecraft noch im echten Leben. Minecraft, eine neue Lebens-Sino-Fuzz-Suppie oder... Warte? Ja, ihr seht schon. Mein Deutsch ist heute auch nicht gerade das, was man Deutsch nennt. Es ist kaiserlich. Ähm. Anspielung auf den Namen meines Lehrers. Deutschlehrers, wohl gemerkt. Ich bin mal so frech und mache Anspielungen auf einen Lehrer. Hä. Nein. Der ist nicht böse. Oder? Bin ich tot, soweit er das hört? Bin ich das? Hä? Hä? Wer nicht? Auch toll. Yeah. Ach, ich mache dich jetzt alles zu Sticks hier. Ich spreche die Mehrzahl von Holzblöcken mit, äh... Mehr... Mit... Einzahl an. Das ist ja auch mal lustig. Wurray! Ach, Mist. Egal. Dann denke ich, werde ich erstmal hier die wichtigen Sachen reinpacken. Ne. Du kommst mit, ebenso wie du. Du bleibst da, 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 da. Ähm. Ähm, dich nehme ich mal mit. Dich brauche ich später nochmal. Ebenso wie euch. Robbestone brauche ich noch nicht. Mehr Java-Installation hilft. Sage ich euch. Ich habe jetzt, ähm... What? Okay, das war jetzt ein kleiner Lag. Das kann natürlich immer mal vorkommen. Ist ja klar, ne. Jetzt gehe ich erstmal Kohle holen. Mit den letzten... Mit der letzten Hungerleiste, die ich noch irgendwie zur Verfügung habe. Und bevor ich denselben Fehler mache, wie als ich das... Diese Welt hier in den Singleplayer gespielt habe. Sollte ich mir vielleicht doch noch ein paar Leitern machen. Weil ich mir sonst drüber oder später ziemlich verarscht vorkomme. Jetzt brauche ich Stein. Und ich habe keinen. Aber das wird sich ändern. So, ich habe Stein. Mehr brauche ich auch gerade nicht. Und wir sind Level 1. Ja, ich bin ein Lower. Ich bin ein totaler Noob. Bam. Ja, ich bin toll. Ich weiß. So. Ende. Ich kann durch die Tür glitschen. Und der Regen sollte langsam mal aufhören. Oh Gott, das sind viel zu wenige Leitern. Äh... Dann mache ich das jetzt eben so. Hoho. 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 Frag mich nicht, warum ich... Oh Gott. Es wird ruhiger. Was ein Moment. Ein Moment des Reichtums. Bitte einen Moment lang leise sein. Ich will diesen Moment genießen. Gut, ich habe Eisen. Das ist ja schon mal nicht von schlechten Eltern hier. Obwohl es nur zwei Stück sind. Aber da unten sind noch ganz viele Eisen-Dinger. Also von daher. Nicht schlimm. Du sein da und das da sein zu. So. Das ist jetzt natürlich ein wenig für den Arsch. Oh Gott, die altbekannten Legs kommen doch noch. Ist das nicht toll? Ja, ich bin auch wahnsinnig stolz auf mich. Autsch. Doof ist Windhoof. Ja, Windhoofs. Du bist Windhoof. Da bist du allgemein bekannt drunter. Mal so nebenbei. Dann baue ich mich hier noch ein Stück runter. Aber da lang. Dann baue ich da hin. Dann baue ich da hin. Dann falle ich runter. Nicht weit weg von Lava. Schnappe mir unter scheißnervigen Legs nochmal drei Eisen. Schnappe mir einen Pilz. Ich muss bemerken, dass der Regen aufgehört hat. Baue da noch Erde hin. Und schuppdiwupp haben wir einen. Aaaaaaah! Nein! Schnief. Dann würde ich sagen, in der nächsten Aufnahmesession geht alles nochmal von vorne los. Bis auf den kleinen winzig Teil, dass wir ein paar Items in einer Truhe haben. Und da hinten unser Haus ist. Nicht weit weg vom Spawnpoint. Ist ja ganz gut so. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!